Deutsche Autobauer in Mexiko VW, BMW und Co. Im Blick auf die US-Wahl, die deutsche Autoindustrie verfolgt gespannt den Ausgang der US-Wahl, da sie stark in Mexiko produziert und von den Handelsbeziehungen zwischen den USA und Mexiko abhängig ist. Insbesondere der Republikaner Trump hat in der Vergangenheit immer wieder Kritik an deutschen Autobauern geäußert, die in Mexiko produzieren und von dort aus in die USA exportieren. Volkswagen, BMW und andere deutsche Autobauer haben in Mexiko Produktionsstätten errichtet, um von den günstigeren Produktionskosten und den Freihandelsabkommen mit den USA zu profitieren. Ein möglicher Wahlsieg von Joe Biden könnte eine Entspannung der Handelsbeziehungen bedeuten und somit auch den deutschen Autobauern zugutekommen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die US-Wahl entwickelt und welchen Einfluss sie auf die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Mexiko haben wird. Die deutsche Autoindustrie wird die Entwicklungen genau beobachten und gegebenenfalls ihre Strategien anpassen müssen.